Normalerweise gibt es von Thomas Gottschalk nur selten private Einblicke, doch jetzt teilt er ein ganz besonderes Familienfoto. Auf Instagram zeigt der Moderator seine Enkel und Großneffen aus dem Märchenwald und schreibt dazu, Märchenwald am Dollenberg, die Erwachsenen waren auf Hardcore-Wanderung, während der Märchenonkel und die Kinder im Feenland waren. Mehr Nachwuchs ist unterwegs. Ob einer von Thomas, Söhnen, Roman oder Tristan, Zuwachs erwartet oder ob es ein anderes Familienmitglied betrifft, bleibt spannend. Die Fans sind begeistert und hinterlassen zahlreiche Kommentare. Ein User meint, du machst das richtig, Thomas. Genieße das Leben, es ist einfach zu kurz und wir haben nur das eine Leben. Ein anderer Fan kommentiert, dann wird die Feenschar erweitert. Viel Spaß beim Wandern! Bilder von den Kids postet Thomas eher selten. Aber Schnappschüsse mit seiner Verlobten Carina Mross gibt es öfter, die beiden haben erst kürzlich ihre Verlobung bekannt gegeben. Bei einem spontanen Kurztrip machte Thomas seiner Liebsten den Antrag, fast wäre etwas schiefgegangen. Wie er verrät, hatte er den Verlobungsring im Hotel-Siv vergessen. Kurz entschlossen bastelte er einen Ring aus Bonbonpapier. Bleibt dran für mehr spannende Updates!